Willkommen aus London mit dem brandneuen Moto G hier, was wir uns schon ein bisschen vorher angeschaut haben und jetzt zeigen wir euch kurz ein paar Hüllen, die es dazu gibt, wie zum Beispiel dieses Flip Case. Das ist nicht nur ein Flip Cover, denn das ist echt hier auch hinten um das Gerät herum. Ich kann es euch kurz zeigen, denn ich habe das Handy einfach mal jetzt hier so abgemacht bzw. die Hülle abgemacht auf der Rückseite und die ist echt stark drin. Die hat mehrere Punkte, mindestens sechs bis acht Stück, wo wir das hier Ganze rausnehmen können, aber durch dieses Case sind natürlich sozusagen die hinteren Ecken dann auch geschützt. Hier beim weißen kann man das auch ganz gut sehen, dass es eigentlich so ganz schön dann designt ist. Ein schlüssiges Design vorne schön schwarz und dann ansonsten das Gerät auf der anderen Seite entsprechend die Farbe. Wir haben dadurch auch eine etwas andere Oberfläche wie bei der Standardversion. Wenn wir es hier bei dem blauen zum Beispiel anschauen, seht ihr hier bei dem Case, da sind so eine kleine Struktur drin und hier haben wir eine leichte Gummierung noch mit dabei. Das heißt, hier das liegt dann vielleicht noch ein bisschen besser in der Hand mit so einem Smart Case und wie ihr sehen könnt, dass wenn ich das hier aufklappe, geht es auch automatisch auf. Da ist ein kleiner Magnet drin, der das entsprechend dann signalisiert und auch wenn hier eine Nachricht oder ähnliches ankommen würde, die Status LED können wir trotzdem noch sehen und nicht nur den Lautsprecher hier sozusagen benutzen. Und weitere Funktion ist auch noch, dass das Ganze hier, wie gesagt, einen Magneten hat, der anscheinend, wenn ich das Ganze hier über Kopf halte, auch nicht so einfach aufgeht, außer ich schüttel das vielleicht etwas stärker und dann klappt das natürlich auf. Also das ist auch, finde ich, eine Funktion, die manche andere Hersteller leider immer vernachlässigen, aber eigentlich ganz schön ist. Denn so kann das auch in der Tasche nicht einfach so auch mal immer auf und zu gehen von alleine und dann das Display von alleine hier auch immer aufwecken oder in den Schlafmodus bringen. So, das war es eigentlich auch schon mit dem ganz kurzen Hands-On von dem schicken Smart Case hier von Motorola. Gibt es natürlich nicht nur in den beiden Farben, sondern in vielen, vielen, vielen anderen auch. Aber das seht ihr auch entsprechend im Online-Shop. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist